Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Get Ready With Me für euch und zwar zum Thema Fasching und Karneval. Wie man sich wahrscheinlich denken kann, laufe ich so nicht im Alltag rum, aber ich dachte, ich zeige euch das Ganze mal, wie ich mich selber an Karneval verkleiden werde und zwar werde ich, wie man hoffentlich erkennen kann, als Rotkäppchen gehen und dann geht's jetzt auch schon los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war es dann auch schon zu dem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat und ich wollte mich nochmal riesig bei dem Onlineshop Marsgirl.com bedanken, von dem ich nämlich dieses wunderschöne Kostüm zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich verlinke euch hier an der Seite nochmal ein weiteres Video zu einem Schminktutorial, eben zu einem Märchenlook, weil ich persönlich einfach Märchenfiguren sehr, sehr cool finde und es für mich irgendwie so meine liebsten Karnevalskostüme sind. Und ja, ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, als was ihr dieses Jahr geht. Das fände ich glaube ich auch mal super interessant. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!